Ich glaube, die meisten wissen, was das heißt. Erstens, wenn ihr uns gut fandet, hebt die Hand für uns, vielleicht sehen wir uns mal wieder. Zweitens könnt ihr gerne eine CD oder T-Shirt bei uns holen, wir sind Turnstiles. Und der nächste Song ist eine Antwort. Er ist wirklich von uns, nicht die Melodie, aber der Text gibt es im Internet mit mehreren Millionen Klicks. Und das ist eine Rache, weil ich hatte einen Bekannten, der hatte eine Mutter und die hat es zu mir gesagt. Dennis, weißt du, was du bist? Und die Mutter sagte, Dennis, du bist... Der letzte Lutscher, der noch gelutscht werden kann, wenn längst alle Lutscher der Welt gelutscht sind. Dieser Song ist die Rache, der Deine-Mutter-Song. Dankeschön! Wer schwitzt beim Kacken und klaut bei Kick, zieht LKWs bei DSF. Wer zerreißt die Telefonbücher, bei Wetten, dass... Wer isst Kürbisjoghurt mit ganzen Früchten und macht mehr Dreier als BMW? Und wer hat seine Homezone auf dem Kies? Deine... 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 Sehr schön, sehr schön! Wer isst Endgegner bei Tekken 4? Macht Passfotos bei Google Earth? Und wer ist schwarz und fährt den Bus vom A-Team? Wer stolpert übers WLAN-Kabel und kommt bei 9 leicht durch und verliert? Und wer hat einen Aufmarschen, der dient? Deine Mutter! Deine Mutter! Deine Mutter! Deine Mutter! Einer, man noch! Wer ist Linksträger und riecht nach Wurst und piepst beim rückwärts Laufen? Wer klopft sich im Park mit den Enten um das Brot? Wer schubst Kinder vom Fahrrad und riecht am Sattel und steckt wieder Mann in der Rutsche fest? Wen hat dein Vater bei Facebook geblockt? Wer? Deine Mutter! Deine Mutter! Deine Mutter! Ja! Deine Mutter! 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 Danke schön! Deine Mutter! Wir waren Tom Stiles! Bitte votet für uns! Ihr wart super! Dankeschön! Da Alekur! Danke! Danke schön! idezof!